Musik Also mein Name ist Andreas Langohr, ich bin der Theaterleiter hier im Traumpalast Bagnang. Musik Also wir haben hier im Bagnanger Traumpalast insgesamt fünf Kinosäle und haben eine Gesamtsitzplatzzahl von ca. 550, davon über 200 in einer großen Zahl und noch vier mittelgroße Säle, die sich dann mit jeweils 100 Plätzen ca. noch beteiligen am Ganzen. Musik Wir haben die Displays im Foyerbereich und vor den Sälen, das sind so Anzeigedisplays mit Filminfos, Trailern. Wir haben im großen Kinosaal das Dolby Atmos Soundsystem verbaut. Es sind weltweit in der Zeit 90 Kinosälen verbaut, also noch etwas sehr Exklusives, was das Kinoerlebnis einfach etwas Besonderes macht, also gerade vom Ton auch. Musik Also Dolby Atmos hat die Besonderheit, dass jeder Lautsprecher einzeln angesteuert wird. Man sieht im Kinosaal ja viele Lautsprecher hängen. Ich habe zusätzlich noch Deckenlautsprecher im Saal verbaut. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, bei diesem System bis zu 64 Kanäle einzeln anzusteuern. Musik Komplett digitalisiert heißt, wir sind weg vom 35mm Film. Wir kriegen unsere Filme auf einer kleinen Festplatte. Dann gibt es einen zentralen Server, auf dem das aufgespielt wird. Und dieser Server verteilt dann die Filme auf die einzelnen Kinosäle, in denen man das dann wiedergeben kann. Musik Ich heiße Eleni. Ich bin hier hinter der Theke und verkaufe Tickets und altes Naschzeug und zum Trinken. Musik Ich habe allgemein ziemlich viel Interesse an neuen Filmen und gerade hier im Traumpalast ist es einfach toll, dass man immer die Chance hat, die neuen Filme anzuschauen. Musik Also die Kunden hier im Traumpalast, die sind einfach die Besten, die es gibt. Musik 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 Musik